Hey Leute, was geht? Ich bin CetriProGamer. Gib ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ja, ich spiele hier Minecraft und ich habe gerade... Ich bin gerade auf Kreativ, sorry, ich wollte nicht. Ich bin jetzt auf Überleben, so. Ich spiele hier, guck, hier mit meinem Bett. So, ich spiele nicht sehr gut hier Minecraft, ja. So, geh mal runter. Ich habe zum dritten Mal Minecraft gespielt, ja. Hier ist mein Spielpool, guck. Geh mal runter. Guck mal hier. Meine Axelotte, guck mal hier, wie süß sie sind. Sie sind doch süß, oder? Also ich finde sie süß aussieht. Okay, ja, das ist mein zweites Haus. Ich zeige jetzt mein anderes Haus. Ich habe mehrere. Und frage mich, warum ich so viele Samen und so habe. Ich wollte... Ich habe sie gecheatet, um mich auch ein Feld träge, okay? So ist ja nicht böse, okay? Mein Haus ist sehr weit weg von hier, bei den Pillager-Dingerns. Ich habe schon ein Video von Minecraft gemacht. Na, ihr könnt ihn sehen, wenn ihr wollt. Wo ist das? Ich finde mein eigenes Haus nicht mehr. Habt ihr auch manchmal so, wenn... So, wenn ihr weit weg seid, dann auch... Ihr euer Haus nicht mehr findet und dann einfach... Ne, einfach so random kommt. So, das passiert bei mir oft. Das ist schon mal bei mir passiert, dass einfach mein Haus random hin teleportiert gekommen ist. Ich bin erst... Zeig mein Haus... Ja... Ich werde gleich mein Haus zeigen, wenn ich das finde. Hello, Q. Wie geht es dir? Die Q macht Mu, gell? Ja, ich weiß. Oder macht ihr Mäh? Na, ich denke, er macht Mu. Ah, ja, ich kenne hier das. Dahinten ist mein Haus. Ich bin angefangen. Guck, hier. Guck, das ist mein Haus. Das war mein Haus, aber... Die Creepers haben immer das kaputt gemacht. Ich hab... Die Sachen noch dahin getan. Ja. Und guck mal. Guck mal. Guck mal. In meinem Haus ist ein Gentle Enderman. Ah, mein Haus ist ein Enderman. Oh. Gefällt. So. Ah, nee. Das ist mein Enderman. Das ist mein Enderman. Hier. Warte mal. Mach ich mal die Tüte. Hier. Guck mal. Hier. Oh. Ein Bohnenmeer. Ah. So. Da ist nichts. Ich hab noch nichts. Aber guck mal. Hier. Warte mal. Hier ist ein Secret. Guck mal. Da. Hier. Guck mal. Wie viel das ist. Richtig viel. Da. Hier ist zu essen. Hier ist so Schwert und so Sachen, ja. Mein zweites Ding jetzt von davon ist weg. Warte mal. Will ich irgendetwas machen? Nee. Funktioniert nicht. Ups. Funktioniert nicht wirklich was ich machen wollte. Ah. Es ist schon ein bisschen schwer mein Kopf zu spielen. Auf dem PC. Guckst du. Yes. Ich weiß nicht warum ich das genommen hab. Aber ich hab ja schon ein Feld aus. Warte. Das ist halt einfach da drin. So. Dann mach ich es wieder hier. Wenn ihr hört die Mose wie laut das ist. So. Dann geh ich wieder hier hin. So. Schon vier. Aber wisst ihr was? Ich mach einfach in diese. Ich hab keinen Bock rumzulaufen. Ich hab grad ein Taktik rausgefunden. Einfach nur den Maus festhalten. So. Dann kommt das hier. Ja. Oh. Ich hab mein Fernrohr noch nicht weggelegt. So. Okay. Hier ist mein. Nein. Ich will es nicht. Fleisch. Oh. Guck. Hier ist mein Garten. Richtig Luxus. Sehr was. Guck mal. Hier mein Swinipoo. Uh. Yeah. Guck mal. Hier. Noch mein. Laden. Ja. Guck. Ich kann halt einfach von hier meinen Ofen reingucken. Das ist richtig lustig. Uh. Yeah. Ja. Ich war auch nicht netter. Richtig viel. Deswegen hab ich die ganze Sachen hier. Nee. Ist Spaß. Hüp. Ich bin einfach durch die Tür knaufen. So. Guck mal hier. Ich bring mal mein Laden jetzt. Hier. So. Essen. Ja. Ja. Richtig nice. Guck. Hier. Bin hier. Hier. Okay. Ich hoffe ihr habt dieses Video gefallen. Wenn ja. Dann gib ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ja. Ich hab auch 17 Abos. Ja. Danke dafür. Ja. Und auch 610 Aufrufe geknackt. Ha. Jetzt denkt man ich bin hier leider vor. Check until you still. Mach ich heute. Ja. Okay. Ciao. Also wir warten mal. Ciao.